Ich sag dir ganz ehrlich, ich brommel aus Matheunterricht, der dich keine 5 Minuten länger mehr tragen. Ich hab mich schon überlegt, ob ich mich in der Stunde schminken soll, aber dann dachte ich, okay, ich warte noch kurz, aber das war wirklich die längsten 10 Minuten meines Lebens. Ich sag's dir. Ach, hi. Ich sag mal, kennen wir uns nicht? Doch, doch. Wir sind auch im gleichen Englischkurs. Was? Bist du nicht die, die irgendwie vorne, Mitte hinten sitzt? Genau, doch. Ach, cool, dass du auch hier aufs Klo gehst. Wie geht's dir? Cool. Hast du die Englisch-Ausaufgaben gemacht? Das ist nice. Man kann sich ja nicht später von dir abschreiben. Boah, das wär voll korrekt. Ja, ja, wir sehen uns dann definitiv. Ich mach dann auch erstmal noch mein Make-up, dann sehen wir uns später. Kann schon mal vorgehen. Ja, hol schon mal was von Kiosk und bring mir was mit. Du, warte mal. Ich mein's gleich selber, mein Make-up. Aber wie wär's, wenn ich dich ein bisschen schmink... Ich hab mir immer gedacht, so ein bisschen Make-up. Ich weiß schon ganz genau, wie ich dich stylen würde. Ich hab da schon ein paar Ideen. Ich dachte mir immer, dass dir das bestimmt ganz gut stehen würde. Kannst du dich darauf einlassen? Das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass du so cool bist. Schminkst du dich selber öfter? Ja, ja, ich weiß. Aber ich hab ein bisschen was in meiner Tasche. Da würde ich die schminken. Guck mal, ich hab in meiner Tasche einiges dabei. Ja, bei der hab ich mir immer schon gedacht, so ein bisschen Make-up. Das würde eigentlich bestimmt ganz gut stehen. Ähm, und was hab ich denn hier? Ein bisschen... Ja, ist vielleicht nicht perfekt, deine Autoren. Aber ich denke, das würde trotzdem ganz gut stehen. Wir blenden das einfach gut. Tjub, tjub. Sag mal, bist du nicht die, die ein Crash auf Justin hatte? Tjub, tjub. Tjub, tjub. Tjub, tjub. Der ist aber auch knuffig, ne? Tjub, tjub, tjub. Tjub, tjub, tjub. Tjub, tjub, tjub. Das ist aber für eine Weile Sag mal, also Nö, bin jetzt schon gut befreundet Mit Justin, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast Wir chillen ja voll gut ab Voll oft ab Soll ich mal so fragen Kann ja einfach mal so fragen Ob er auch für Girl in unserer Klasse so steht Ach, das brauchte doch nicht peinlich Ich bin wirklich ganz diskret So weißt du, ich verstehe mich mit den Jungs eigentlich Relativ gut so Wir sind wirklich Kumpels Ich frage den einfach mal, okay Wenn wir dann wieder Was halten wir nochmal zusammen Ach, Englisch, genau Wenn wir dann Englisch zusammen haben Dann Sag ich dir, was er gesagt hat, okay Dann komm mal her Das Concealer absolut hat die Augen Das wäre wirklich mega korrekt Wenn du mir dann später Dein Englisch aus dem Kommen kamst Dann schreibe ich dich noch schnell ab Ja, keine Sorge Ich fand da irgendwas dran Dann ist das nicht so auffällig Ja, ich mach das schon Ja, wie meinst du, bin ich Der Rest lesen zwölf Jahre durch die Schule gekommen Ja, ich mach das schon Warte, wir verteilen das bisschen Mal, wenn du mal ein Specker brauchst Für die nächste Englisch-Klausur Kann ich dir da auch weiterhelfen Ja Eine Hand wäscht die andere, weißt du Ähm, ja Ich glaub, du weißt es Ich habe mit Marvin auch ganz gut befreundet Bin Der ist ja so ein kleines Englisch-Genie Der gibt mir dann mal seine Specker Und ich geb ihm halt dann Specker für Deutsch So Kann ich dich auch dran teilhaben lassen Das ist nicht so die Person, die speckt Ja, das schaust du auch raus Also im positiven Sinne, ja Wie war denn eigentlich nochmal dein Name? Ach, stimmt Ja, Entschuldigung Ich habe mit so vielen Leuten immer zu tun Ich vergesse das manchmal Also guck mal, ich habe ja ein bisschen Kajal unter die Augen Das macht richtig schön wach Schaust ein bisschen an einer langen Nacht aus Ohne dir jetzt zu nahe zu treten Ja Warte mal Lass uns mal ganz kurz nachschauen Ach doch Ey, wir feiern Dieses Wochenende Party Ich denke, da wird Justin auch kommen Ey, wie wäre es, wenn du auch kommst? Ja, ich dachte mir das schon Aber Überleg dir das doch mal Mal ein bisschen mit den coolen Leuten abhängen Und chillen Ich glaube, du hängst auch sonst immer mit Wie heißt die Hände, mit der du mal abhängst? Ja Ja Also jetzt ohne euch zu nahe zu treten Aber so wirklich cool sei der Herz Nicht Also jetzt nicht böse gemeint, ja Vielleicht überlegst du dir das einfach mal Hast du dir eigentlich schon mal seine Wimpern gebogen? Guck mal Zeig ihm mal Wir nehmen die jetzt hier und dann Biegen wir die einfach mal schön Das hat er natürlich auch Sie sagt dir Wenn ihr da am Wochenende kommt Und sich meine ganze Zeit auch von ihr mitbringen Dann würde ich mal versuchen Ein bisschen schon mal mit Justin zu reden Vielleicht könnt ihr euch auch Nebeneinander setzen Und ein bisschen reden So, der Justin ist wirklich Einen ganzen Lieber, ja Der beißt auch nicht versprochen Du siehst ja auch Ich beiß ja auch nicht, ja Guck mal Ich hab ein bisschen Wimperntusche Warte mal ein bisschen Die Dusche Warte mal ein bisschen die Wimpern, ja Bleg, blick, 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 blick Bist doch letztes Jahr ist der gezogen, oder? Warst du jetzt schon immer auf die Schule? Ich glaub, wir waren noch nicht immer in einer Klasse, oder? Doch Ach, okay Irgendwann ist nichts gegen dich Du bist mir einfach noch nicht so aufgefallen Bleg, blick, 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 blick Vielleicht sollst du mal ein bisschen mehr aus der rauskommen, ja Meld dich doch mal öfter Zum Beispiel So, sag einfach auch mal was Wenn wir in der Klasse diskutieren, oder so Trau dich Wir beißen ja nicht Blick, 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 blick mich auch und sagt irgendwas, ja. Ist nicht schlimm. Ach, keine Sorge. Jungs denken sich da auch nicht so viel dabei. Ich weiß, manche machen das doch genauso. Die denken doch auch nur an ihre mündliche Note. Ja. Ja, weißt du. Gut, ich glaube, du hast den Tipp nicht nötig, aber wenn du so wie ich nicht immer deine Hausaufgaben machst und so viel für die Prüfung lernst, dann kannst du dich aber mündlich schon manchmal richtig gut noch rausreißen. Du musst dich halt einfach offen melden, die Lehrer ein bisschen anlächeln und immer so höflich, freundlich mit denen quatschen. Da geben die dir schon mündlich meistens eine gute Note. Das hat mich persönlich schon richtig viel, ja, gerettet. Gut, aber ich glaube, deine Noten sind ja eigentlich ganz gut. Du brauchst den Tipp nicht. Es ist einfach mir hilft, dass persönlich ich habe mich da schon in einigen Fächern ein bisschen verbessert. Meine Eltern sehen es jetzt auch nicht so gerne, wenn mein Zeugnis so schlecht wird. Hier kommt mir ein bisschen Eyeliner. Sonst lassen die mich Samstag nicht mehr feiern gehen. Und das ist mir dann doch schon relativ wichtig. Ich brauche das einfach am Wochenende ein bisschen Entspannung, nachdem man so ein Stress in der Woche... Es ist ja heute auch erst. Welchen Tag haben wir heute? Boah, ich bin auch jetzt schon so gestresst, ja. Oh, wieder Englisch dann. Und dann hatte ich heute Mathe. Ich glaube, es ist erst die, wievielte Stunde ist jetzt? Boah, und ich bin schon so durch. Ja, hätte ich letztes Wochenende vielleicht auch weniger feiern sollen, aber ich brauche halt wirklich die Entspannung. Und ich bin halt auch einfach so ein sozialer Mensch. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst. Ich glaube, du bist ja hier ein bisschen introvertiert, oder? Ja, ich brauche halt einfach den Kontakt zu anderen. So, das lädt mich dann auch irgendwo wieder auf. Ich würde ja am liebsten noch die Augenbrauen zupfen. Aber ich habe gerade leider nichts mitgenommen. Ich habe noch nicht so ein bisschen Make-up dabei, weil ich mich auch auf dem Schulklo fresh machen kann. Und manchmal gehe ich auch so nach der Schule, vor allem Freitags, genau, einfach auf Partys und dann, ja. Es ist mir natürlich wichtig, ja, Make-up dabei zu haben als die Bücher, weil, sag ich, mit meinem Mathebuch auf einer Party, ganz ehrlich. Es wird doch irgendwann eh alles digital. So, meine Kinder, wobei ich will keine, aber du vielleicht, ja, deine Kinder dann irgendwann. Die haben doch eh alle iPads und sowas. Da wird doch keiner mehr Bücher mit in die Schule bringen. Das ist alles richtig oldschool hier. Aber, ja, nach mir darf man da ja nicht gehen. Guck mal, der wird dir bestimmt ganz gut stehen. Keine Sorge, ich habe kein Erbis. Das können wir uns schon teilen. Aber bitte Mund zu. Lass die mal schauen. Da steht dir wirklich gut. Da steht dir voll gut. Jetzt brauchen wir dann noch was für deine hübschen Euglein. Ja, da habe ich auch was dabei. Aber jetzt keine große Palette, sondern nur so ein bisschen hier meine Lieblingsfarben. Aber, hm, das passt schon. Mama, bitte kurz die Augen zu. Oh, Maus. Das sieht wirklich super aus. So heißt es dich wirklich trauen. Und öfter auch ein bisschen Make-up tragen. Mal ein bisschen mehr aus dir herauskommen. Ja, so. Den ganzen Tag unten schminkt. Ich weiß, manche Jungs mögen das aber so. Manche mögen das halt aber auch mehr, wenn man so aus sich rauskommt. So, ja, trau dich doch mal was. Auch im Unterricht und so. Oder chill doch auch mal ein bisschen mehr mit uns. Ja, wir sind doch alle ganz lieb. Und man kann jetzt noch von mir ein bisschen Fixing-Powder haben, damit das heute auch alles hält. Und dann musst du dir das auf jeden Fall überlegen mit Justins Party, okay? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Nicht mit Justins Party, aber mit der Party, wo Justins noch da sein wird. Ja, auch so viele Partys wirklich. Mir kommt irgendwann der Kopf vorbei. Weißt du, wenn du öfter mit beliebten Leuten abhängst, dann wirst du natürlich auch zu mehr Partys eingeladen. Kannst du mehr feiern. Das ist gar nicht so die Person fürs Feiern. Ja. Ja. Ich sehe es dir an, ja. So, ohne das jetzt böse zu meinen, aber man zieht dir das schon ein bisschen an, dass du nicht so gerne feiern gehst. Aber Maus, weißt du, dann geht dir natürlich auch voll vieles, ja. Beim Feiern kann man Freunde kennenlernen, natürlich auch Freund und Freundinnen. Ein bisschen mehr als Freunde, einfach nur auf Freundschaft plus, kann man alles kennenlernen. Musst dich einfach mal trauen, ja. Mehr aus dir rauskommen. So, du hast doch jetzt gesehen, ich habe dich doch auch nicht gebissen oder war gemein zu dir, ja. Wir sind doch eigentlich alle ganz lieb. Du musst dich einfach nur mal mehr trauen. Einfach aus dir rauskommst, so wirklich. Es ist gar nicht so schwer. Kannst du jetzt in Englisch mal anfangen. So, melde dich doch einfach mal ein bisschen öfter. Oder du setzt dich in Englisch einfach mal neben mich, ja. Nimm die cooleren Leute, dann kommst du doch ein bisschen mehr ins Gespräch mit cooleren Leuten. Das eine führt dann zum anderen, so weißt du. Also, wenn du Bock hast, kannst du dich auch direkt jetzt schon ein bisschen mit uns chillen. Ich gehe halt dann, genau, das fände ich sogar gut, weil ich brauche noch deine Englisch-Hausaufgaben. Ja, dann kannst du jetzt direkt mitkommen. Wir gehen erstmal zum Kiosk. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ich habe jetzt Kohldampf, Nachmattepumpe in der Schädel, wirklich. Ich bin auch vom Feiern ein bisschen durch. Ich brauche meinen Körper wieder ein bisschen Nahrung. Und dann kann ich deine Englisch-Hausaufgaben abschreiben. Und dann hast du doch ein Kiosk schon mal am folgenden Tag mit guten Leuten verbracht. So, das wird dir sozial auch einfach ein bisschen mehr zum Aufstieg helfen, weißt du. Kannst du deine Freundin auch gerne mitbringen, ja. Such die schnell. Wir sind am Kiosk, da kannst du mit dahin kommen. Und dann chill dir mal heute bei uns, ja. Komm aus der Haus und mach heute mal wirklich was anderes, ja.